Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist der Vince. Hi. Ja, heute spielen wir Wuhl Battle. Ähm. Mein Ding ist kaputt. Denn was ist kaputt? Meine Schere. Kann nicht kaputt gehen? Doch, meine ist kaputt. Die Schere, die ist kaputt. Hast du keine Megaschere? Warte, ich komme mal kurz zu dir rüber. Warte, jetzt, jetzt habe ich die Megaschere. Aber die geht bei mir kaputt. Welcher Resson spielst du? Ähm, als 8. Hä? Kaputt gehen dürfte du eigentlich nicht. Warte. Ja, wenn ich das abbaue. Doch, es geht kaputt. Warte, ich baue jetzt mal ein bisschen noch ab. So. Bei mir hast du auch in der Hand. Ich habe keine. Also, es wird mir auch alle Zeit, dass die Blöcke weggehen, aber ich habe halt keine Schere in der Hand. Bei mir hast du eine Schere in der Hand. Hast du dich gerade erst davon gefragt? Ja, man kann auch den hier machen. Halt direkt jeden Schuss. Können wir was anderes, können wir wieder auf Kuppe. Gleich. Was muss man hier überhaupt machen? Ja, du musst Leute runde schießen. Boah. Hoff. Wann? Die ist nicht angekommen. Kann man auch bauen? Ah! Ja, ja, kann man. Nun, nun, nun. Ne, ne, ne. Jetzt geht der mal in den wahren Bauprofi. Mit runterfallen. Ha, ha. Ne, ne, ne. Jawoll. du kannst ja auch mit dem ding schlagen ja ja mit der schere drücken wir mal was anderes was wir jetzt hier bist du rot als ob die dich ankommt doch ach ist ja kann man als perk auswählen bist du facket ha ha es muss ich wieder wolle kommen es geht eigentlich schnell schlecht ich kann nicht es war keine schlechte pferde sprung hast du auch gut dass ihr das aber im box ist jetzt als nächstes machen muss ich habe rettungsblatt von brandon gedrückt die zeit und normal wir haben noch drei jahren was zum sex Ja, ich gewinne es noch. Die Leute kennen mich ja mittlerweile. Ah ja. Philipp Treffen. Doch, boah. Boah, ja. Ich liebe diese Pfeile. Juck. Zu sich. Ja, noch ein Herz gekommen. Ey, was für ein Herz gibt es nicht. Man kann nicht sterben. Außer wenn man runterfüllt. Ich meine, ich habe nichts tot. Hey, wie lange geht es noch? Ja, bis jetzt. Ja, dann... Ja, können wir gleich nochmal aufnehmen. Ja, dann würde ich sagen... Was ist mit dem Video? Du hast einen Pfeil im Kopf. Ich habe überall Pfeile. Das Video läuft am besten nicht hoch. Wir machen es doch eine Runde. Doch, ich lad das hoch. Aber ich werde jetzt nochmal... Okay, dann kommt jetzt die Revanche. Ja, genau. Dann kommt am nächsten... Vielleicht in einem anderen Tag die Revanche. Ich würde sagen, haut rein Leute. Ciao. Ciao. Ciao! Ich gehe weiter. Tschau! Stunzu. Dich für ich ranke! Und jetzt starten wir Ihnen nochまぁ! Tschau! Tja doch, dann lassen wir noch kurz. Das.